Die Firma Leitner AG zeichnet sich aus durch die Herstellung kompletter chirurgischer Instrumente. Dank jahrelanger Erfahrung in der Medizintechnik genießt das ISO 13485 und 9001 zertifizierte Unternehmen großes Vertrauen namhafter in Verkehrbringer chirurgischer Instrumente. Eine hochmoderne Infrastruktur mit 30 bestausgebildeten Mitarbeitern, alle Spezialisten auf ihrem Gebiet, ermöglichen heute und in Zukunft die Herstellung anspruchsvoller Prototypen und Serien im Instrumentenbau. Die Fertigungstiefe vom Projektstart bis zur unsterilen Reinigung aus einem Haus zeigt sich als eine der grossen Stärken der Firma Leitner Medizinaltechnik. Beim Projektstart beraten und unterstützen wir im Team unsere Kunden, um möglichst früh zu technisch optimalen Lösungen für ein sicheres Produkt zu gelangen. Dazu gehören auch Risikobewertung der Herstellungsprozesse sowie das gemeinsame Erstellen von Erstmusterprüfbericht und Prüfanweisungen für Prototypen und Serien. Das Rohmaterial wird im Wareneingang geprüft und alle Daten zur Rückverfolgbarkeit in den Fertigungsunterlagen hinterlegt. Anhand von 3D-Modellen programmieren unsere Spezialisten am Bildschirm komplexe 5-Achsen-Fräsarbeiten sowie Drehteile, welche sie an der Maschine umsetzen und bis zum fertigen Stück betreuen. 5-Achsen-Palettisierbare Fräszenter ermöglichen komplexeste Formen in der Herstellung im Geisterschichtbetrieb. Für filigrane Feinstbearbeitung sind wir mit Hochgeschwindigkeitsspindeln bestens ausgerüstet, die vielfältigen Kundenanforderungen umzusetzen. Auch in der Drehbearbeitung können wir dank Doppelspindel und mehrachsigen Drehautomaten fertige Teile von der Maschine nehmen. Selbstverständlich führen wir auch alle üblichen Zerspannungen wie Bohren, Schleifen, Hohnen und Erodieren in unserem Haus aus. Mit unserer Laserschweißanlage verbinden wir feinste Komponenten miteinander. Funktionsnähte werden auf Festigkeit geprüft und protokolliert. Der Endverbraucher setzt höchste Ansprüche in Oberfläche und Handling an die Instrumente im klinischen Operationseinsatz. Voraussetzungen dafür sind Erfahrung und gezieltes Einsetzen verschiedener Prozesse in Handarbeit im Bereich der Endbearbeitung. Prozesse wie Wärmebehandlungen, Beschichtungen wie auch Elektropolieren und Passivieren geben wir unseren kompetenten Partnern in Auftrag. Auch da haben die Kundenforderungen höchste Priorität. In der Montageabteilung werden die Komponenten zu fertigen Instrumenten zusammengestellt. Erst die erforderlichen Kenntnisse an das Produkt, das Handling beim Montieren der fertigen Einzelteile und höchste Sauberkeit in der Ausführung befähigen erfahrene Mitarbeiter zum Einsatz in der Montage. Die fertigen Instrumente werden zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit mit Laser nach der Kundenspezifikation gekennzeichnet und gelabelt. Auch Farbmarkierungen am Instrument zur Identifikationshilfe werden nach Wunsch des Kunden ausgeführt. Zum Erreichen des Reinigungsstandards für nicht sterile Produkte setzen wir eine Industriereinigungsanlage ein. Mit maschinell ausgeführten und überwachten Reinigungsprozessen bieten wir Sicherheit gegenüber unseren Kunden. Die Abteilung Qualitätssicherung ist von der Produktion getrennt. In mehreren Phasen der Herstellungskette werden die Komponenten nach ihrer Spezifikation geprüft und dokumentiert. Zeichnungskonforme Teile werden von unabhängigen, autorisierten Mitarbeitern geprüft und freigegeben. Nach der Produktfreigabe werden die fertigen Instrumente in luftdichte Schlauchbeutel verpackt, verschweißt und etikettiert. Der Kunde erhält von der Firma Leitner AG das verpackte Instrument im unsterilen Zustand. Die erforderlichen Nachweisdokumente werden individuell mitgeliefert. Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter sind stolz, für namhafte Kunden chirurgische Instrumente herstellen zu dürfen, mit dem Wissen, dass die Instrumente weltweit eingesetzt werden. Von Menschen für Menschen.